Hi, ich bin Philipp Wampflech. Er erklärt in diesem ganz kurzen Video, wie Kommunikation und gewaltfreie Kommunikation funktionieren. Ihr seid eine Schülerin oder ein Schüler, er kommt nach Hause, der Vater sagt, ich habe dir eine Zimmerpflanze gekauft. Was sagt er damit? Er sagt über sich selber, ich möchte dir helfen. Er sagt über dich, du brauchst mir Grün in deinem Zimmer. Er sagt über die Zimmerpflanze, dass er sie gekauft hat. Und er sagt über eure Beziehung, dass er weiss, was gut für dich ist. Schulz von Thun sagt, eine Nachricht hat vier Seiten. Eine Ich-Seite, Selbstkundgabe, eine Du-Seite, Appell-Seite, was das Du machen sollte. Eine Beziehungsseite, wie stehen Ich und Du in einer Beziehung. Und eine Sachebene, nämlich was einfach gesagt wird. Jetzt stellen wir uns vor, der Vater sagt, du bist unfähig auf eine Pflanze aufzupassen. Das ist deshalb problematisch, weil der Vater eigentlich einen Wunsch äußert, ihn aber nicht ausdrückt, sondern ein Urteil sagt und das führt zu Aggressionen bei denen, die das hören. Besser wäre, der Vater würde beobachten, Gefühle ausdrücken, Bedürfnisse ernst nehmen und eine Bitte äußern. Also beispielsweise, bisher sind alle Pflanzen eingegangen, ich wünsche mir, dass du auf die besser aufpasst. Dann würde er nicht wie ein Wolf sprechen, sagt Rosenberg, sondern wie eine Giraffe. Wir haben gesehen, Kommunikation ist schwer, kompliziert, eine Nachricht hat vier Seiten und wir sollten uns von Wölfen, die urteilen, zu Giraffen, die ihre Gefühle ausdrücken, wandeln. Bei Fragen bitte gerne einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen.